Herzlich willkommen zu der WEPRO News. WEPRO, das sind professionelle Reinigungs- und Pflegeprodukte und Accessoires für euren Haushalt entwickelt und empfohlen von einem der grössten Haushaltsgerätehersteller der Welt. Heute stellen wir euch ein weiteres WEPRO Produkt vor, die dazu führen wird, dass ihr und eure ganze Familie besser werden zu schmecken. Aber nein, WEPRO stellt keine Teos oder Parfüme her, sondern hat ein Produkt erfunden, das macht, dass eure Wäschmaschine wieder schmeckt wie neu oder sogar noch besser. Der WEPRO Powerfresh Tabs. Die Powerfresh Tabs kommen in einem Beutel mit jeweils drei Stück und sind dafür tot, um eure Maschine von Rückständen und somit von unliebsamen Gerüchen zu befreien. Auch bei den besten Wäschmaschinen sammeln sich mit der Zeit die Resten von Wäschmitteln an und das kann eben zu schlechten Gerüchen führen. Dank den Powerfresh Tabs aber schmeckt eure Wäschmaschine wieder wunderbar frisch und somit natürlich auch eure Wäsch. Wir von der WEPRO empfehlen Ihnen für den optimalen Einsatz auch immer wieder mal Pulverwäschmittel zu benutzen und etwa einmal im Monat ein Reinigungstabs. Mit der ständigen Verwendung von Flüssigwäschmitteln besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sich seifige Ecken bilden, die können dann verhocken und beginnen zu schmecken. Das Topprodukt aus der WEPRO Reinigungslinie können Sie ganz einfach in die Wäschmaschine legen und dann ein 65 Grad Programm laufen lassen. Und am Ende des Wäschgangs ist eure Wäschmaschine geputzt und schmeckt so frisch wie noch nie. Powerfresh Tabs arbeiten mit Sauerstoff, um auch an die schweren reichbaren Stellen wie Dichtungsringe in den Türen zu kommen. Finden ich euch die Powerfresh Tabs und viele weitere nützliche Produkte von WEPRO direkt in unserem Katalog im Internet. Das wäre es schon wieder gewesen von der WEPRO News. Falls ihr noch weitere Fragen habt zu diesen Powerfresh Tabs oder zu einem anderen Produkt als dem Hause WEPRO, dann ruft uns einfach an auf die Nummer 0848 801 005. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen! Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen!